ok was mache ich eigentlich hier also ich habe gerade an meinem video gearbeitet habe gedacht ich lege mir eine kurze pause ein, ziehe mein VR headset an und spiele ein bisschen Half-Life Alyx und ich bin hier an der stelle wo man eigentlich da oben also genau da und da sollte man eine bombe reinschmeißen um das hier alles in die luft zu jagen weiterzukommen und das spiel bereitet einem extra hier so eine wunderschöne eine container wo bomben drin sind aber jetzt kommt das beste die bomben respawnen immer und immer wieder und ich habe mir immer gedacht ich nehme mir mal ein bisschen zu viel zeit um sagen wir mal sehr viel zu spawnen ich habe es ausprobiert ich kann da nicht hingehen mein computer hört einfach auf zu existieren weil das ist unmöglich und ich habe mir gedacht, woops aber nicht schlimm nicht schlimm und ich habe mir gedacht was ist wenn ich in diesen haufen mit bomben zwei bomben reinschmeiße tja der kerb wird es wissen ich wird es wissen es gibt nur einen weg das heraus zu finden keine sorge strakker okay es sind überraschend viele nicht explodiert dafür ist aber der Kerl tot schau ist für mich